Vom 22. bis zum 28. April 2015 in Vamrama hieß es, holt die Zuchtboden raus, denn es wird wieder gezüchtet. Zuchtquest-Event fand statt und es war wieder ein bisschen anders aufgebaut wie die bisherigen Zuchtquest-Events. Es wurden nicht wieder die gleichen Sachen benötigt, von daher schauen wir uns mal an, was denn dieses Event zu bieten hatte. Ja, denn dieses Mal benötigte man wieder zwei andere Tierchen und zwar dieses Mal an der Reihe waren die Kuh und das Pferd. Ja, und da benötigte man zum einen wieder niedrige Zuchttiere, davon beim Pferd waren es ein paar Haflinge und ein paar Shetland-Ponys und bei den Kühen die braunen und die weißen Kühe. Das ist aber nicht das einzige, also grundsätzlich von den Zucht-Tierstufen nicht wirklich hohe, das war nicht so wirklich vor Herausforderung geprägt. Das konnte man theoretisch auch einfach auf dem Markt kaufen, könnte man meinen und da verbraucht man kein Superfutter. Geht allerdings dann doch nicht so einfach, dass man dann allerdings sich doch züchtet für so ein Zuchtquest-Event, sondern um das nicht einfach umgeht, gibt es sozusagen die Kälbchen und die Fohlen. Ja, heißt also, in dem Beispiel beim Pferd hier kommt dann aus Hund zu 100% aus der Zucht mit Pferden dann eines dieser Fohlen raus und das gleiche bei den Kühen, da eben mit den Kälbchen kam dieses dann eben raus. Und ja, schauen wir uns vielleicht mal an, was man dann insgesamt benötigte bei diesem Event. Es waren also von daher nicht Übermengen, muss man sagen, die man benötigte an generellen Zuchttierchen. Da waren es nämlich schlussendlich 18 braune Kühe, 18 Haflinger, dazu kommen dann noch 12 Shetland-Ponys, 12 weiße Kühe, also nicht jetzt hier, oh, so schwer dürfte das nicht gewesen sein. Dazu dann 28 Kälbchen und dann noch 40 Fohlen, heißt also, ja, für die musste man schon züchten, Superfutter dafür dementsprechend auch investieren, sozusagen. Die kannte man also nicht einfach irgendwo auf dem Markt kaufen oder so, das geht nicht, natürlich. Ja, und dazu brauchte man noch etwas, wo der benötigt, es gab nämlich nicht ein, nicht zwei, nein, nicht drei, nicht fünf, sondern vier Mühlenprodukte. Halleluja, wirklich ziemlich viel hier. Ja, hätte ich vielleicht von der Zeit lang, wo der alten Mühle noch gesagt, ne, ne, nicht gut. Wieso so viele Mühlenprodukte, wenn das fertig ist, dann musst du ja genau zu dem Zeitpunkt da sein, um gleich das nächste herzustellen. Jetzt ist es natürlich praktisch bei der neuen Mühle, da kannst du gleich nachher nochmal zwei Sachen anordnen. Wenn das Karottenbrei fertig ist, dann kannst du gleich Fenchelbrei beispielsweise produzieren und danach Apfelhaferbrei. Da ist die neue Mühle natürlich schon etwas praktischer gesehen hier. Dafür würden auch nicht übermengend gefordert, also auch keine wirklich so hohen Pflanzen. Sonst natürlich braucht man dementsprechend das Level fürs Pferd und das uns, weil sonst hat man die Pferdezucht logischerweise natürlich nicht. Beziehungsweise generell Level 21 zur Zucht, dass das überhaupt funktioniert hier. Ja, fast generell, wenn man sich das mal anguckt bei den Abgabemengen. Es war auch eine Quest, ich kann dir vielleicht auch ganz kurz mal zeigen, wie weit ich da gekommen bin. Und zwar habe ich... Gut, das gebe ich dir jetzt auch, kann ich auch nochmal hier abgeben. Das ist natürlich vorweg gestern aufgezeichnet, weil das könnte ich jetzt nicht mehr abgeben, wenn das Avenge schon zu Ende ist. Mittlerweile, ich habe übrigens die letzte Stufe dann auch noch geschafft. Das ging sich bei mir also auch noch aus. Die wunderbare Reihe, ganz von Beginn gesehen, ja, Stufe 1 habe ich Silber gemacht. Man brauchte ja dementsprechend nicht alles hier, um weiterzukommen. Dann gab es Party-Dress, das war schon mal sehr, sehr cool. Und auch einen Sticker. Dann Stufe 3 habe ich wieder nur Silber gemacht. Da gab es aber wieder ein bisschen Superfutter zurück. Rottenapfel-Schatten in Stufe 4 auch nur Silber. Da gab es auch wieder ein bisschen Superfutter zurück. Das gleiche wie bei Stufe 5. Ja, fragt mich nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Und Stufe 6 gehört natürlich komplett, weil da gab es auch, ja, den speziellen Preis sozusagen. Das war die Volkendlinie. Ja, Sticker sieht so aus, natürlich mit dem Baby, mit der Baby-Kuh und der Baby-Pferd, Fohl und Kalb. Also, ja, es gab allerdings jetzt hier kein extra Sticker, äh, Sticker sage ich schon, Item. Ein spezielles, das gab es auch dieses Mal bei diesem Sucht-Quest-Event nicht. Dafür aber immerhin eine Event-Volkendlinie, die auch dementsprechend, wie könnte es sonst anders sein, frei zu besetzen ist mit vier Einerfeldern und einem Viererfeld. Und die ist wieder Level-Abhängig, da muss ich nämlich jetzt selber nachgucken, auswendig weiß ich es auch leider auch nicht. Bringt alle 12 Stunden 20 Baham-Rahm-Erfahrungspunkte mal den eigenen Baham-Rahm-Level gerechnet und 30 Baham-Erfahrungspunkte mal natürlich den Baham-Level, sonst wäre es ein bisschen mau. Heißt also, wenn man nicht unbedingt die super tollen Hammer-Items raufklatscht, dann lohnt sich das schon, weil, äh, ja, wenn man sich mal hier überlegt, Super-Neiner-Feld ist großartig. Ich hau eine Blumen-Schubkarre drauf. Die gibt es im Hausbild, das kann ich verkraften, dass ich das nicht kriege. Oder ich hau noch was, dass ich hier ein Wilson. Ja, warum denn nicht hier rauf und so weit und so fort. Ja, und freue mich dann dennoch über, ja, einiges an Erfahrungspunkte. Dann ist die Ranke natürlich auch ein schicker kleiner Nebengewinn, auf jeden Fall, ja. Aber grundsätzlich Fazit zum Event, würde ich mal sagen, es war nicht allzu schwer. Es gab einiges an Superfood auch wieder zurück bei der Event-Quest. Man musste ja auch nicht alles machen. Immerhin gab es eine Wolkenlinie, dass es auch irgendwas Spezielles gibt bei diesem Event, weil sonst, ja, es gar nichts Spezielles gibt. Es gab auch Party-Dress, das war auch cool, da gab es auch einige hier. Grundsätzlich, ja, machen wir diese Events schon recht Bock, muss ich sagen. Solche Zucht-Quest-Events, aber leider gibt es da eben nicht so die Hammerpreise, wie vielleicht bei anderen Events, das muss man auch natürlich noch sagen, spezielle Items oder sonst irgendwas. Aber grundsätzlich macht schon Spaß, da gebe ich gern Superfood auch aus, sozusagen bei diesem Event, bei Boom, der war dementsprechend auch wieder, passt natürlich auch gut, aber die Gewinne hätten natürlich noch ein bisschen besser sein können. Dann hätte es sich vielleicht noch mehr gelohnt und so eben, ja, Wolkenlinie ist an und für sich ja gar nicht mal so schlecht. Was jetzt, wie sieht es bei euch aus, euer Fazit zu mir finden, schreibt es gerne auch in die Kommentare. Dennoch, muss ich schon sagen, ich freue mich schon auf die weiteren Zucht-Quest-Events, aber ja, von mir aus kann es auch nur ein Mühlenprodukt sein, es müssen nicht unbedingt vier sein. Danke.